Hi, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute stelle ich euch meine Enttäuschung und meine Lowlights sozusagen, also die Bücher, die mir im Jahr 2020 gar nicht so gut gefallen haben vor. Und ja, wie ihr vielleicht schon in meinen Highlights gesehen habt, habe ich echt einige tolle Sachen gelesen und eigentlich echt sehr wenig richtig fürchterliches, also es gibt ein Buch, das war so schlecht, also das war richtig furchtbar und die anderen sind eigentlich alle viel mehr Enttäuschung, also da hatte ich vorher höhere Erwartungen und die wurden einfach nicht erfüllt und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten und das ist das Nibelungenlied. Das Ganze hier ist eine übersetzte und gekürzte Ausgabe, das habe ich mit zwei Freundinnen gelesen und ich hatte da eigentlich richtig Lust drauf, ja, weil das ist natürlich auch total berühmt und ein deutsches Kulturgut oder so. Ja, und mein Papa heißt Siegfried, deswegen war ich ja auch immer pro Siegfried die ganze Zeit und ich muss sagen, naja, also die Story konnte mich nicht so richtig packen, dann fand ich auch den, ja, den Aufbau komisch, also ständig wurde gespoilert in dem Buch, also es wurde dann vorher schon gesagt, keine Ahnung, das war das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben und dann ist sie so, warum sagst du mir das? Das ist ja total interessant weiterzulesen und natürlich, das ist ein mittelalterlicher Text, dass jetzt zum Beispiel Frauen- und Männerbilder total veraltet und auch sehr stereotypisch sind, das ist schon klar. Ich glaube, womit oder wovon ich am meisten enttäuscht war, war tatsächlich die Figur des Siegfried, weil ja, dadurch, dass mein Papa so heißt, dachte ich, das ist ein echt cooler Typ so und ist er nicht. Der ist irgendwie voll der aufgeblasene Prahlkopf, also ja, und also hält sich auch wirklich für den, für den Tollsten und benimmt sich ganz schön, ganz schön daneben und ja, davon war ich richtig enttäuscht und insgesamt, ja, habe ich irgendwie was, was Tolleres erwartet, kann natürlich auch an der gekürzten Fassung liegen, das weiß ich nicht, aber ja, ich bin froh, dass ich es gelesen habe und dass ich, ja, mir das mal genauer angeschaut habe, aber gefallen hat es mir nicht so gut. Als nächstes auch der absolute Kandidat für mega hohe Erwartungen und die haben sich nicht erfüllt ist Joel Dicker, die Geschichte der Baltimors und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier richtig Rüffel kriege von mehreren Seiten, denn ich weiß, dass einige Leute dieses Buch total lieben und das ein Lebenshighlight ist, so ist das auch bei Sarah-Sophie, deswegen dachte ich, das wird ein super Buch und wird mir richtig gut gefallen und ja, das hat es leider nicht. Also am Anfang, ich habe es zusammen mit Ruth von Zwischentausend Zeilen und Jenny von Jennys Lesestoff gelesen und am Anfang war ich tatsächlich oder sogar lange Zeit die Einzige, die da noch irgendwie Zugang zu finden konnte und ich konnte da echt noch was rausholen und dachte, ja, das ist eigentlich auch echt mal interessant, auch wenn der Erzähler nicht so richtig sympathisch ist und auch schon eine verzerrte Wahrnehmung zu sein scheint, aber dass man durch so eine Brille zu sehen und zu erleben und so eine Familiendynamik und so, das ist ja schon ganz cool und ich dachte, ja, da kommt noch richtig was, entwickelt sich richtig was, aber das blieb dann irgendwie aus. Also ich habe viele Hoffnungen dann auch während der Geschichte selber gehabt, dass dann da irgendwie noch mehr dahinter steckt oder dass ich dann Aha-Momente bekommen würde und das kam alles nicht und die schon ganz am Anfang angekündigte Katastrophe, die immer und immer wieder erwähnt wird, was ich irgendwie echt nervig fand irgendwann, die fand ich total bescheuert. Also ich fand das Ende des Buches total bescheuert. Und hat mir überhaupt nicht gefallen, konnte ich gar nichts mit anfangen, hatte ich auch das Gefühl, das ist so völlig out of character. Und was mich auch noch sehr gestört hat, war eine Beziehung hier in diesem Buch, die dann auch, ja, die ich nicht so einfach liegen lassen konnte als, ja gut, ist jetzt halt nicht so meins, aber meine Güte, sondern die war auch immer wieder da und es hat mich richtig aufgeregt, es hat mich richtig genervt und ja, irgendwie habe ich mir tatsächlich echt was ganz, ganz anderes versprochen und gehofft, dass mich das irgendwie packt, dass ich den Charakteren nahe komme. Ich habe schon auch meine Probleme mit dem Erzähler gehabt, habe dann auch manchmal gedacht, woher weiß der das eigentlich alles? Also der hat schon ganz schön viele Informationen, auch über Gespräche, wo er überhaupt nicht anwesend war und die werden dann in wörtlicher Rede wiedergegeben, wo man denkt, okay, haben diejenigen, die jetzt dabei waren, ihm das Wort wörtlich erzählt, worüber sie gesprochen haben oder woher weiß der das? Also, ja, ich habe so das Gefühl, das ist so richtig, also nicht mal haarscharf an mir vorbeigegangen, sondern richtig an mir vorbeigegangen und ich würde mich tatsächlich also echt dafür interessieren, wenn jemand mal die Geduld hat, mir zu erklären, was sie oder er an diesem Buch so granatenmäßig toll findet, und dass das ja schon bei einigen wirklich so ein Lebenslese-Highlight ist. Also, ja, das würde mich echt interessieren, weil ich das wirklich nicht so nachvollziehen kann und dann von der Geschichte der Baltimore's am Ende echt enttäuscht war und, ja, jetzt habe ich ganz vergessen zu erzählen, worum es in dem Buch geht. Es geht vor allem um eine Familie, nämlich die Goldmans, die zwei Standorte sozusagen haben, einmal halt die Baltimors, die in Baltimore leben und Markus gehört nicht dazu, sondern zu den anderen, wo ich gerade vergessen habe, wo die wohnen. Ich glaube, in New Jersey irgendwo. Die haben so einen anderen Ort einfach. Und, ja, er ist schon... Also, er liebt die Baltimors, er vergöttert die Baltimors und es geht halt um diesen Teil der Familie und was halt so mit denen passiert. Er hat zwei Cousins und die haben auch noch Freunde und Freundinnen so drumherum. Also, es gibt auch noch andere Menschen, die da eine Rolle spielen. Ja, und ich glaube, es geht vor allem halt wirklich um die Jungs und die Freundschaft, die die Jungs verbindet. Und das war das, was ich auch immer wieder mitfühlen konnte, was ich nachvollziehen konnte, aber es hat mich einfach nicht so dermaßen vom Hocker gehauen. Ja. Aber als ich doch noch recht... Ja, schon auch am Anfang noch ein bisschen begeistert, weil ich dachte, ach cool, mal was anderes und so war, habe ich mir schon gleich das nächste Buch von Joy to Care bestellt, nämlich die weit über den Fall von Harry K. Bair. Und, ja, das ist auch ein ganz schönes Biest hier. Und unser Markus Gorman kommt da auch noch mal drin vor. Ich glaube nämlich, dass Harry K. Bair, K. Baird, keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird, genau, irgendwie so Markus Mentor ist oder so. Also, das spielt dann wahrscheinlich ein bisschen vor den Baltimores. Das weiß ich alles nicht so ganz genau. Jedenfalls haben Jenny und ich uns das vorgenommen, das noch zu lesen. Ruth ist völlig ausgestiegen. Also, die fand das, glaube ich, auch noch mal deutlich blöder alles, als wir zwei. Genau. Und wir haben beide das Teil da noch stehen und wollen uns da irgendwann dranwagen. Aber ich muss zugeben, die Motivation ist nicht so richtig hoch. Also, wenn einer von euch dieses Buch hier schon kennt und weiß, ob das gut oder schlecht ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Motiviert mich gerne ein bisschen für dieses Buch. Ähm, ja. Also, ich gebe ihm noch eine Chance. Vielleicht kann ich nächstes Jahr noch mal was anderes berichten. Die nächste Enttäuschung, die auch schon wieder, ähm, ja, sehr beliebt ist bei anderen Menschen und wo das auch wieder völlig an mir vorbei geglitten ist. Keine, ich weiß es nicht. Also, auch das ist ein Buch, wo ich nicht verstehe, warum manche Leute das so, so lieben. Ähm, und das wird ja auch als so moderner Klassiker gehandelt. Und, ähm, ja. Also, und das habe ich Anfang des Jahres, also das ist schon echt eine ganze Weile her, zusammen mit Anja von den Bookfriends und, äh, Steffi von Lady of the Books, Sarah-Sophie von Sarah-Sophie und, äh, ja, mit mir gelesen in einer Leserunde. Und ich muss sagen, also, ich habe den Eindruck gehabt, wir alle waren nicht so ganz, ähm, begeistert und uns ist auch nicht klar geworden, warum manche das so total fühlen, dieses Buch. Also, es geht hier um William Stoner, der erst sehr ländlich aufwächst und dann von seinen doch ziemlich armen Eltern an die Uni geschickt wird. Und da studiert er dann erst so Agrarwissenschaften und dann wechselt er zu den Literaturwissenschaften und, ähm, macht das auch sehr, sehr gerne und ist da auch offensichtlich sehr gut drin. Und dann lernt er auch eine Frau kennen und sowas. Und, ja, und so wird uns sein ganzes Leben erzählt. Und, ja, wenn das so dein ganzes Leben ist, dann ist ja vielleicht wirklich nicht so viel passiert und so ist das auch in diesem Buch. Also, es passiert echt nicht so super viel. Seine Ehe ist eine völlige Katastrophe. Also, die Frau ist einfach richtig furchtbar. Die ist einfach richtig furchtbar. Und er ist auch so, ja, irgendwie so ein bisschen gefühlsarm und dröge und langweilig. Und was mir auch sehr schwer gefallen ist bei diesem Buch, ist so ein bisschen die, so wie die Moral von der Geschick, so wie die Moral von der Geschichte, das so rauszufiltern, irgendwie was mitzunehmen. Also, das, was ich noch so mitnehmen konnte, war auch ein unaufgeregtes Leben ist wertvoll oder so. Aber, ja, hat mich nicht gepackt, mich wenig berührt. Ich hatte das Gefühl, die anderen waren dann an manchen Stellen dann doch nochmal wirklich mehr berührt. Aber, ja, ich irgendwie, keine Ahnung, hat es nicht meinen Nerv getroffen. Und, ja, wenn einer von euch das Buch kennt und total liebt und sich meiner erbarmen möchte, dann kläre mich bitte auf, was, ja, was, also, das ist, ich sperre mich da auch nicht gegen oder so, oder dass ich das total ablehne. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie an mir vorbei. Also, dass das so ein, wie so einen Abstand hat und irgendwie, weiß ich nicht, einen Nerv trifft, den ich nicht besitze. Ich, keine Ahnung. Also, mich würde es, mich würde es tatsächlich sehr interessieren, was andere darin sehen. Und ich weiß auch, dass ich tatsächlich manchmal, wie so ein bisschen Probleme habe, so ein bisschen hinter die Kulissen da zu gucken, ein bisschen weiter zu denken. Und wenn so eine Quintessenz irgendwie schon, wenn man da so um drei Ecken denken muss oder so, dann komme ich da nicht so oft drauf. Und deswegen, ja, vielleicht kann mir einer von euch das erhellen. Das nächste ist ein Buch, Girl, Wash Your Face von Rachel Hollis. Also ein Sachbuch, wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeteilt habe. Ich habe es wahrscheinlich irgendwo gesehen. oder gehört. Und habe mir da auch relativ viel von versprochen, dass sie echt coole Erkenntnisse hat und so. Aber auch hier habe ich... Also ich habe mich dann echt irgendwann ein bisschen durchgequält, weil ich Abschied genommen hatte, so innerlich von dem, was sie sagt. Und ja, ich tue mich schon auch oft sehr, sehr schwer damit, wenn so Sachen sehr biografisch sind und es so sehr um eine bestimmte Person geht. Und dann, glaube ich, hat sie auch noch was... Ja, was ziemlich Amerikanisches, so dieses... Und macht ihr einfach positive Gedanken und Power through. Und ja, manchmal muss man einfach nur den Arsch hochkriegen oder keine Ahnung. Und dann gibt es dann auch so Storys, wo sie dann erzählt. Und manchmal lohnt sich das so richtig, wenn man durch schwere Sachen, wenn man das durchhält und wenn man die Zähne zusammenbeißt. Und die wollten, ich glaube, ja so Foster-Parents, also so Pflegeeltern werden. Und haben dann, ja, wie so eine ganz schlechte Bewertung bekommen und dass da irgendwelche übergriffigen Sachen bei denen zu Hause passiert seien. Und dann war es so ganz furchtbar. Und die wurden befragt und deren Kinder wurden befragt und alles war richtig schrecklich. Und sie haben dann rausgefunden, dass das wohl wirklich häufig passiert, dass wenn man sich da als Pflegeeltern meldet, dass man ja dann solche Vorwürfe bekommt, obwohl nichts ist. Und das natürlich auch richtig krass durchleuchtet wird, weil das ja auch wichtig ist. Weil wenn das stimmt, sollten solche Menschen ja wirklich keine Kinder in Pflege nehmen. und dann irgendwie ging es denen echt schlecht. Und sie meinte so, ja, und das lohnt sich dann durchzuhalten. Und nachts haben sie dann im Bett gesessen gemeinsam und haben Wodka getrunken zum Schlafen. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Was soll denn? Also fand ich einfach wirklich keinen guten Tipp. Also ich konnte mit dem, was sie sagt, meistens nichts anfangen. Und dass das bei mir funktionieren kann, habe ich ja zum Beispiel bei Untamed von Glenn & Doll gesehen. Das ist auch sehr biografisch. Und so ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigenen Geschichten. Also es geht schon. Und hier, nee, das war irgendwie, das war irgendwie gar nichts. Und ich muss auch schon sagen, es fängt schon mit dem Titel an. Was soll denn das heißen? Girl, wash your face. Oder heißt das dann, trag kein Make-up, sei echt. Aber sie trägt schon auch viel Make-up. So, also ich habe sie dann auch bei Insta gehabt und auch manchmal so geguckt, was sie so macht. Und ja, und eigentlich macht sie die ganze Zeit nur Sport. Und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal irgendwie völlig unsippartig, oder? Also, ich mache nicht so viel Sport, leider. Also dafür, dazu hat sie mich ein bisschen inspiriert, dass ich schon ein bisschen Lust bekommen habe, aufs Laufen gehen. Aber ansonsten konnte ich nichts aus dem Buch mitnehmen. Aber man muss jetzt sagen, so ein Sportmuffi wie ich, wenn ich ein bisschen Motivation bekomme, und ich bin dann tatsächlich, ich habe es im Sommer fertig gelesen, auch ein paar Mal Job gewesen und war sehr stolz auf mich. Also, also sehr stolz. Das ist ja schon mal eigentlich eine gute Ausbeute, hat sich doch gelohnt. Dann, ja, also das hier hat mir auch nicht gefallen und das habe ich euch ja schon im Lesemonat November erzählt. mit Karin Lambert, der unsichtbare Garten. Es geht hier um Vincent, der sein Augenlicht verliert und, ja, wie der lernt, damit umzugehen. Und Vincent war vorher sehr ehrgeiziger Tennis-Spieler und hatte eine schöne Beziehung und hat mit Saint-Blick gelebt, wenn man das so ausspricht. Also hier, Fluss in Paris, Saint, Saint, Saint? Naja, ihr wisst ja, dieser Fluss da halt. Genau, und er bekommt dann die Diagnose, dass er ein paar Wochen nichts mehr sehen können wird und wir lesen halt, wie er darauf reagiert, wie er damit zurechtkommt und also ich kam mit dem Schreibstil nicht klar. Da waren komische Sprünge drin. Also mal sind wir bei ihm, mal sind wir bei seiner Mutter, mal bei seinem Vater, bei irgendwem anders. Also es geht, das ging echt viel hin und her. Dann auch Zeitsprünge, wo man sich denkt, was ist denn hier passiert? Also auch wirklich Lücken. Und als ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, war auch zum Beispiel etwas, was ich echt nicht gut fand. Also was ich irgendwie nicht gut angefühlt hat, dass wir in Vincents Kopf sind und es da so eine Realität für ihn gibt oder ich so ein Gefühl für ihn habe und dann redet er mit irgendwelchen anderen Leuten im Außen und hört und hört sich komplett anders an. Also entweder ist der Typ super unauthentisch oder es gibt halt einen Innen- und Außen-Vincent oder ich habe ja kein gutes Gefühl für ihn entwickeln können, aber da war so eine Differenz zwischen dem, wie er sich von Innen- und wie er sich von Außen angefühlt hat, das fand ich richtig doof. Also das fand ich so, ich dann dachte, hä? Also vor allem, also es schien da nämlich im Außen, dass er sehr viel weiter im Prozess ist, damit zurechtzukommen, als es in seinem Kopf aussah und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie komisch. Das Einzige, was mich wirklich auch sehr berührt hat, war die Geschichte zwischen ihm und seinem Vater. Das fand ich echt schön, wie sich das entwickelt hat, aber ja, auch die Liebesgeschichte, die da drin vorkommt, die, die Freundin da, also was soll ich sagen, fand ich mein Buch. Und jetzt für euch das absolut schlechteste Buch, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe und hätte ich das nicht mit jemand anders zusammen gelesen, hätte ich das abgebrochen. Also ich hätte es, ja, ich hätte es eigentlich aus dem Fenster geworfen und dazu muss ich sagen, es tut mir so leid, dass ich dieses Buch so negativ erlebt habe, denn die Autorin war ganz jung, als sie das geschrieben hat. Also die hat das mit 17 geschrieben und im Prinzip kann ich ihr auch nicht so wirklich den Vorwurf machen, denn das ist schon eine echte Leistung. Mit 17, also guck mal, das ist schon ein ganz schön dickes Ding, mit 17 so ein Buch zu schreiben, aber wer zum Teufel hat das verlegt? also das frage ich, wer, keine Ahnung und wer ist Federica de Casca, nee, de Kesco, die sagt, eine großartige Erzählerin? Also, ernsthaft, das ist, das ist, das ist eine Lüge. Okay, macht euch bereit, Lisa Schneider, Lisa Schneider, es tut mir sehr leid, aber dein Buch Tränen der Freiheit war kein gutes Buch aus sehr, 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 sehr vielen Gründen und vorneweg, die Leserunde hat mega Spaß gemacht, denn derjenige, mit dem ich zusammen gelesen habe, kommt auch aus dem Ruhrgebiet und hat so eine geile Art, darüber zu reden und also diese Sprachnachrichten, ich habe mich jedes Mal gekringelt vor Lachen und auch selber Sprachnachrichten aufzunehmen und so richtig abzuragen über dieses Buch, wie kann man denn so was schreiben, das macht überhaupt keinen Sinn, Ja, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, also nochmal ein Pluspunkt für Leserunden, dass wirklich auch schlechte Bücher dadurch sehr stark aufgewertet werden. Kommen wir zur Geschichte, das Ganze hier spielt im amerikanischen Bürgerkrieg, unsere Protagonistin ist Kathy und wir lernen Kathy tatsächlich kennen, wie sie, ich glaube, 1933 auf einem Friedhof eine Rede hält. Also sie fängt an, diese Rede zu sprechen und dieses ganze Buch ist ihre Rede, eine echt lange Rede, auch eine sehr, also das würde kein Mensch als Rede halten, wirklich nicht, aber okay, das ist ja das eine. Dazu kommt aber, dass dadurch, dass wir sie ja direkt am Anfang erleben, jegliche gefährliche Situation für sie dann in der Geschichte total unspannend bleibt, weil wir ja wissen, die überlebt das alles und wir haben wirklich mehrere Situationen, wo sie in Lebensgefahr ist, wissen, sterben du die sowieso nicht und dann haben wir so eine Deus Ex Machina Nummer, dann kommt sonst wer, also ich habe das Gefühl, die Frau kennt, also das Mädchen, die ist 14, als das alles anfängt, die kennt fünf Menschen und genau die trifft sie, egal an welcher Ecke sie in Amerika ist, also die reißt da auch kreuz und quer und die trifft sie dann genau im richtigen Moment, also wie zum Beispiel und naja, ich nehme jetzt mal raus, um euch mehr drüber erzählen zu können, auch ein bisschen zu spoilern hier und da, einfach um frei zu sprechen, wer dieses Buch noch lesen will, was ich wirklich nicht empfehlen kann, der kann ja jetzt einfach abschalten und alle anderen können einfach weiter zuhören, also sie wird zum Beispiel in einen Zug gesetzt, der sie in den Norden bringen soll, also von Kansas, da wird sie groß und sie soll dann in den Norden, weil das alles so gefährlich wird und dieser Zug fährt aber auch über Gebiet der Südstaaten, wird dann angehalten, die werden da rausgezerrt, sie soll erschossen werden von einem jungen Soldaten und der zögert und just in diesem Moment kommt ihr Bruder mit seiner Kavallerie da an und kann das Ganze irgendwie auflösen, aber sie wird trotzdem in den Zug geworfen und weiter verschleppt und ihr Bruder kann sie nicht direkt retten, hat sie nur vor der Exekution bewahrt und dann kommt sie in so ein Flüchtlingslager beziehungsweise in so ein Konzentrationslager, wo auch ganz viele andere Leute sind und naja, also ich kenne mich mit der amerikanischen Bürgerkriegsgeschichte nicht so richtig gut aus, aber der Bernd, mit dem ich das zusammengelesen habe, der hat gesagt, eigentlich haben die Südstaaten das wirklich nicht so gemacht, also die haben sich sehr damit gerühmt, dass sie keinen Krieg gegen Frauen und Kinder führen und dann halt Kinder aus so einem Zug rauszuholen und zu exekutieren, würde da ja, wird den gar nicht ähnlich sehen, also es gibt auch wirklich, scheint wirklich Fehler in dieser Geschichte zu geben, Sachen, die überhaupt nicht stimmen, dann ist sie da in diesem Camp, da geht es ihr richtig gut, und das macht auch nicht so viel Sinn, weil das ja auch total viel Ressourcen kostet, so ein Camp zu haben, das gab es wohl auch nicht so in der Form und vor allem nicht für irgendwelche dahergelaufenen, dann dieser Soldat, der sie eigentlich erschießen sollte, da entspinnt sich jetzt eine tolle Liebesgeschichte und er darf sie dann auch mit auf so einen Ball nehmen und der Kommandant von ihm, der hat so den totalen Hass auf die zwei und ist da richtig obsessiv und die fliehen dann irgendwann und müssen sich dann aber trennen und er hat so Pferde versteckt und sie fliehen auf dem Pferd und dann reitet sie und reitet sie und reitet sie und nennt das Pferd dann Hidalgo und dann lässt sie das Pferd gehen und merkt irgendwann, ach scheiße, jetzt zu Fuß komme ich irgendwie nicht so gut vorwärts, dann kommt sie an ein Schlachtfeld just in dem Moment, wo ihr Bruder sein Leben aushaucht, ist sie da da und kann seine Hand halten, die haben sowieso eine ziemlich strange, bisschen zu enge Beziehung zueinander, wenn du mich fragst, da kommt sie dann an ein neues Pferd und weil sie sehr einfallsreich ist, nennt sie das dann Hidalgo 2, dann nimmt sie einen kleinen schwarzen Jungen mit, was sehr problematisch ist, in den Südstaaten ja und dann hält die immer so flammende Reden, also dann ist dann da so ein anderer Typ, der macht ihr dann also ein anderer Soldat oder keiner, ich weiß es gar nicht mehr, was für einer das war und die macht den dann da zur Schnecke, also meckert den dann da so ein bisschen an und dann kriegt sie sein Pferd und reitet dann damit weg und dann wird sie irgendwo in keine Ahnung auf offenem Land dann nachts überfallen von einem Trapper und ja, der hält ihr das Messer an die Kehle und dann blickt er in ihre Augen und Kathy hält dann wieder irgendeine flammende Rede und dann lässt er das Messer fallen und sie hebt es auf und legt ihm das zurück in die Hand what wieso wieso also ja und so geht es irgendwie die ganze Zeit weiter und auch immer diese Zufälle und dann auch so pathetisch und sie ist es also sie hat schon da mit 14 den totalen Plan und wie kann es denn nur sowas Rassistisches geben und ja also sie ist zwar in der Stadt groß geworden die dafür bekannt ist dass sie halt nicht rassistisch ausgerichtet war aber ja als hätte so eine 14-Jährige dann diesen kompletten Durchblick und was da irgendwie mit den Menschen verkehrt ist und dann kommt sie noch zu so einem Indianerstamm der dann da komplett massakriert wird weil die irgendwie also die wussten dass sie angegriffen werden und haben sich total doof also eigentlich wollten die in den Hinterhalt und sind dadurch selber in den Hinterhalt gekommen also müssen die nicht das besser wissen also und da ist dann auch wieder so eine Situation da wird sie dann auch fast getötet und der Soldat der sie dann da unter dem Baumstamm in so einem Loch sieht und erwischt ist ausgerechnet ein Kumpel von ihrem Bruder gewesen und der lässt dann sie halt quasi liegen und sagt hier ist niemand mehr so und dann machen die einen Track durch die Gegend dann kommen dann welche weil die aus dem Westen kommen die denken die hätten Gold dabei und dann hält sie wieder eine flammende Rede und wendet das Übel ab und die anderen gehen dann ihrer Wege und die können da weiter ziehen und dann kommt die in vor und da ist natürlich ausgerechnet ihre Tante die Frau des Vorleiters also so ein so ein Schmarrn und dann halt auch wirklich also eine super dick fett aufgetragene Sprache und immer so pathetische Bilder ich hab jetzt kein Beispiel mehr im Kopf und dann auch wirklich einfach schlecht geschrieben also so sagte sie besorgt und fasste sich besorgt an den Hals so zweimal besorgt in einem Satz ist einfach nicht gut und das Ende dann kommt sie dann in ihre Stadt der Bürgerkrieg ist vorbei alle freuen sich wir haben gewonnen wir haben gewonnen und sie hat aber ja den Durchblick und weiß wir haben nicht gewonnen wir haben so viele Menschen Leben verloren da kann man nicht von Gewinn sprechen und die sind so ein bisschen verdattert die anderen Leute und dann kommt aus dem Nichts dieser Soldat mit dem sie ja so ist dicke fette Romance und sagt sie hat recht und man fragt sich wo zum Teufel kommt der eigentlich her weil wir haben ihn immer wieder gesehen wie er von diesem Typen also von seinem Kommandanten gefoltert hat wird als hätte der Kommandant auch nichts besseres zu tun und auf einmal hat er sich halt irgendwie befreit und es wird auch nicht so richtig erklärt wie er da rausgekommen ist also warum war er monatelang in Gefangenschaft und kann sich dann plötzlich befreien also frag mich nicht und dann kommen wir nochmal in diese 1933er Zeit und sie weiß natürlich dass das was da in Deutschland abgeht nichts Gutes ist so und das ist einfach inakkurat also 1933 hat vor allem das Ausland nicht wirklich kommen sehen können und vor allem keine alte Frau in Amerika was sich da im dritten Reich zusammenbrauen wird also das war das war für das Ausland für den Privatmenschen überhaupt nicht absehbar aber sie hatten natürlich den Plan also wirklich ich fand's richtig richtig mies und kann's nicht empfehlen aber es hat Spaß gemacht darüber zu schimpfen in der Leserunde und jetzt nochmal hier manchmal gibt's auch sowas oder ja und das war's das waren meine Lowlights 2020 eigentlich kann ich echt ganz zufrieden sein also bis auf das eine Buch war ja keins wirklich richtig schlecht wobei der unsichtbare Garten okay bis auf die zwei waren die alle viel mehr Enttäuschung und ich denke damit kann ich ganz gut leben und ich danke euch fürs Zuschauen erzählt mir sehr gerne in den Kommentaren ob ihr dieses Jahr ja mal so richtig ein Grützbuch in die Hand bekommen habt oder vielleicht auch was so eine richtig herbe Enttäuschung für euch war ob ihr eins von den Büchern die mir nicht so gefallen haben kennt und ob es euch vielleicht besser gefallen hat und ihr mich ein bisschen aufklären könnt warum genau und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Jahresausklang und mir macht sehr viel Freude mit euch ein bisschen ins Jahr 2020 zurück zu blicken büchermäßig und bald kommen dann auch die Blicke nach vorne sozusagen und wir schauen mal was ich gerne im nächsten Jahr so machen würde macht es gut ciao